Willkommen, mein Name ist Lutz Reinhardt von Profischnur.de, Ihrem Online-Outlet für Marken-Relax-Sessel. Und ich teste für Sie heute einen Himmola-Sessel Cosiform 7619 in Leder Nebel, heißt es, Leder Long Life Nebel, mit drei Motoren, elektrisch verstellbar. Keine Aufstehhilfe. Was gleich auffällt, man sitzt hier relativ soft drin, durch die Auflegematten, und der Sessel umschließt einen. Medium, für mich passt, ich bin 1,83, sicherlich auch noch für Leute, die etwas kleiner sind. Fernbedienung von Cosiform, zugegeben, viele Knöpfe, insgesamt acht Stück. Wenn ich jetzt hier drauf drücke, gehen aber gleichzeitig der Rücken runter und die Fußstütze fährt raus, finde ich gut, weil das ist ja eigentlich das, was ich will. Geht auch ziemlich weit nach hinten, und die Füße gehen recht hoch, finde ich gut. Kopfteil kann ich nachjustieren, und jetzt kann ich wunderbar Fernsehglotze. Fußteil kann ich natürlich auch separat einstellen, zum Beispiel etwas runter und den Rücken etwas hoch, wie ich will. Armteil bleibt geschlossen, wenn es hinten ist. Einfache Bedienung, wenn man weiß, wo man drauf drücken muss. Schnelltasten hier unten, nicht ganz unten hätten wir auch machen können, sondern die zweite von unten, dann geht alles wieder in die Ausgangsposition. Nachteil, das Kopfteil, die Streckung, die geht, glaube ich, nicht automatisch. Nein, die muss ich dann nochmal separat machen. Hätte man auch noch hintereinander schalten können. Aber sonst macht der Sessel einen sehr soliden Eindruck. Kann ich mir gut vorstellen für jemanden, der eine hohe Bequemlichkeit, nicht zu fest haben will, und der eine übersichtliche Fernbedienung mit individueller Einstellung haben will. Advertisend, ProfiSnap.de hat dieses Stück von der Hausmesse von Himmola bekommen, zum Schnäppchenpreis von 1.490 Euro plus 99 Euro Versand. ProfiSnap.de, Ihr Online-Outlet für Markensofas und Markenrelexessel sagt Danke. Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal und schauen Sie unter profiSnap.de slash Neuheiten, was wir frisch einstellen. Jeden Tag vier bis fünf Sachen. Dankeschön und tschüss, Ihr Lutz Reinhardt von ProfiSnap.de